Der Vernunft und Herz zeigen, sonst kommt die Härte des Gesetzes. Daniel Gönnheim ist bei uns Fachanwalt für Strafrecht. Welche Konsequenzen können denn drohen, wenn ich gegen diese Regeln verstoße? Ja, diese Regeln sind zunächst Verordnungen, die sind rechtsverbindlich. Das ist keine Handlungsempfehlung der Regierung oder des Landes, sondern das sind verbindliche Regelungen, die wir uns halten müssen. Halten wir uns als Bürger nicht an diese Regelung, sei es als Gewerbetreibende, als Privatperson, dann hat der Staat verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. Er kann das Ganze zum einen als Ordnungswidrigkeit mit einem Ordnungsgeld ahnden oder er kann alternativ auch das als Straftat, einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ahnden, als Straftat werten. Und dann reden wir über eine Freiheitsstrafe, die unterschiedlich ausfallen kann. Wann kann die denn unterschiedlich ausfallen? Also welche Parameter werden da zu Rate gezogen? Also wenn ich gegen diese Verordnung verstoße, dann sagt der Gesetzgeber im § 75 des Infektionsschutzgesetzes, sagt er, wer gegen diese Ordnung verstößt, also beispielsweise den Mindestabstand nicht einhält, der macht sich strafbar und die Strafe ist von Geldstrafen bis zu zwei Jahren. Wenn man den Erreger vorsätzlich verbreitet, als Beispiel, ich habe Corona, weiß das, komme hier in die Sendung, begrüße Sie ganz nett, sage Mensch, geht es Ihnen denn? Ein kleines Schwätzchen und denke, super, jetzt habe ich ihn angesteckt. Dann sagt der Gesetzgeber, es ist die Mindestfreiheitsstrafe drei Monate bis zu fünf Jahren Gefängnis. Also da geht auch keine Geldstrafe mehr. Und dann bin ich auch im Bereich, wo ich am Ende wahrscheinlich vorbestraft bin und einen Eintrag im Führungszeugnis habe. Und das will sicherlich niemand. Sie haben auch schon angesprochen, Gewerbetreibende und Privatpersonen, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Oder werden die gleich betrachtet? Weil bei einem Gewerbetreibenden ja auch mehrere Leute quasi durchs Geschäft laufen können. Ja gut, wer sich ordnungswidrig verhält, der muss sanktioniert werden. Und die Sanktion, deshalb gibt es immer einen Rahmen, bis zu 25.000 Euro. Und diese Sanktion muss auch spürbar sein. Das heißt, der Gewerbetreibende, der vielleicht in seinem Café heute einen Umsatz von 5.000 Euro macht, weil so schönes Wetter ist, der wird sicherlich ein Ordnungsgeld von an die 25.000 Euro bekommen. Die Privatperson, die auf der Straße vielleicht den Mindestabstand nicht eingehalten hat, eher ein etwas geringeres, vielleicht ein paar hundert Euro. Also ich hoffe mal, dass da jetzt nichts auf die Gerichte zukommt, dass sie nämlich alle dann irgendwie daran halten. Aber womit könnten dann auch die Richter noch rechnen? Ja, ich gehe von aus, dass die Richter hier auch in Zukunft ordentlich beschäftigt werden. Denn die Polizei hat ja gar keine Möglichkeit. Sie kann bei einem Verstoß nicht sagen, heute sanktioniere ich nicht. Sondern die Polizei muss sanktionieren. Sie muss Straftaten verfolgen. Sonst macht sich der Polizeibeamte selbst strafbar. Das heißt, hier werden sicherlich nach der Epidemie sicherlich viele, viele Fälle bei Gericht landen. Und ich gehe mal von aus, weil die Richter ja auch selbst betroffen sind, dass die vielleicht unter Umständen etwas härter urteilen, wie wir es heute vielleicht in anderen vergleichbaren, kleineren Fällen gewöhnt sind. Spannende Zeit. Auf jeden Fall auch aus juristischer Sicht, Daniel Gönheim.